Johnny, wieso fängt man ab und zu einfach nichts, auch wenn das Equipment und alles stimmt? Die können manchmal ganz schön zickig sein im Sommer. Am 22 Grad kann das Beissfenster super kurz sein. Was macht man da am besten? Immer mit vorgefertigten Rigs ans Wasser gehen. Wir suchen sie überall. Bevorzugt stehen sie natürlich jetzt eher im Schatten oder ein bisschen tiefer. In meinem Fall bin ich mit dem Caroline Miller-Rig dran. Ich konnte vor ihm, als es noch dunkler war, mit Chattern einen oder anderen überlisten. Da stand es wieder höher. Jetzt scheint es so, als ob sie wieder unten sind. Aber das Leben ist schön. Him, definitiv. Es ist schön. Es ist sonnig. Wäre ja noch schöner mit einem Basch hier. Ja. Noch schöner wäre es mit kurzen Hosen. Wow, der Hose wohnt ja ab. Vorgefertigt. Ready to go.